All right. Danger 1. Wir vier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Feet hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja. Verstanden. Was aktivieren wir denn? Alter. Wie heißen Sie, Soldaten? Deramito. Deram. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sich... Das sieht schon mal richtig... Ich muss erst mal eine Granate schmeißen. Ja, ma'am. Wollen Sie in der Hand? Hier muss... Okay, die ist nicht so spannend. Jawohl. Hier bleib. Bei mir ist es sicher. Ach, jetzt verstehe ich das erste, was die damit meinen. Was ist F1? Schnellfeuer, Truppenschild. An die Arbeit, wir decken sie. Oh, scheiße. Gehen zum 2. Rally. Wir bleiben in Kontakt. Tja. Der Sturm auf die Schaltkreise mitfällt. Verstärkung, wenn es nicht leicht sind. Ja, ich krieg das hin. Was düngen hier drunter, Alter? Ja. Langsam, Sitz. Ist der Ort nicht mehr lange? Das Relais beschützt. Bist du noch gehen? Da kommt noch mehr. Komm schon. Das ist sehr praktisch mit dem Schild, ey. Das war's. Jetzt funktioniert's. Bam. Gut gemacht. Zum nächsten. Versorgen wir Ihre A's die ganz verstandene Energie? Ja. Bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann es sie, dass es hier wird nicht aufweiten. Alter. Ja, das ist ein bisschen, ey, gut, das ist mal an mit dem Wind und so, ne? Alter, fette Sache, ne. Alter, sie wollen uns holen! Das ist Vorderkopf, das Imperium lässt nicht nach! Wir decken die Hoheit, los! Ein weiteres Ende jetzt, so gut die aktiviert. So gut, das Ding ist praktisch unter Wasser, ich brauche Zeit. Ich glaube, hat sie stehen. Freut mich, denn es ist einer. Was? Alter, elf Energien, elf. Oh, zu weit draußen gestanden. Ach, naja, man kann nicht alles haben, ne? Ja, aber es dauert ein bisschen. Werter, die daseme haben, kann ziehe das Imperium nicht aufhalten. ...wuchst raus Nada! Du gibst, äh! Man wird sich sicher bemerken. Ja, aber nicht alles. Das Ding ist praktisch unter Wasser. Ich brauche Zeit. Ich glaube, es ist schwer. Freut mich. Es ist deiner. Alter, ganz knappes Ding ist schon gegangen. Komische Garnate. Aber der Held ist jetzt nicht so. Das ist ein Held. Okay. 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 Fuck. Moment. Moment. Das müsste gut. Ja. Ja. Komm schon. Das Ding. Okay. Hammherfeuerschutz! Ja. sehr gut die königin hat vor den kloentrum zum schutz von namen ein ionen-impuls der jede bedrohung außerhalb des palastes und Wir hoffen, wo etwas bleibt! Beschützt am Frieden! Es ist die Rittenwacher! Alle zurückhalten! Handläufer! Lenkt die Arme! Noch ein Schiff! Sie sind noch nicht fertig! Halt ihn zu! Rebellen, infanterien zu unserer Position! Beschützt den Kallast! Bonder! Los, Bonder! Halt ihn zu! Lass uns zurück! Halt ihn zu. Dankeschön! Lass nicht dissolken! Halt ihn zu! Alle zurückhalten! Scheiße, Alter, die frisst voll viel, ey, die frisst eher voll wenig. Kanzlerin, der Impuls ist gleich bereit. Gut, wir haben in der Zeit keine Weckung mehr. Dann, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich bin bereit, vor allem. Wir haben zu viele Truppe an unserer Position. Der Kampfläufer ist zu viel. Leit der Detonationssequenz ein. Rein mit dem Palast. Oh je. Alter. Verhält's auf einmal. Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Horat. Gute Arbeit war das, aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Calrissian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Mom. Und das ist unentschuldbar. Ich hab gesehen, was Sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet Ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch siegen. Willkommen in der Neuen Republik. Danke, Ma'am. Ge hin. Not clear, not clear!